Es ist schier unfassbar, dass tatsächlich Slammer Nummer 5 aus Ulm kommt. Und es ist ebenso unfassbar, dass ich, also es war keine Handvoll Ulmer-Slammerinnen und Slammer, die ich in acht Jahren Science Slam hier begrüßen durfte. Und es waren meines Wissens nach alle Professoren. Studis, wenn anwesend, nehmt euch ein Beispiel an diesem jungen Mann. Er ist Professor für Logistik an der Hochschule in Ulm und sein Thema lautet Energiesklaven. Der etwas andere Blick auf Homo Sapiens Energiehunger. Seid gespannt, ich bin es auch und hier ist für euch Klaus-Peter Franke. Viel Spaß. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank. Auf guter Nähe bin ich mit dem Fahrrad gekommen. Ich habe hier auch noch ein Utensil und werde demnächst auch noch nach einem Assistenten fragen. Vielleicht kann sich der eine oder andere schon überlegen. Ja, wie angekündigt, mein Thema Energiesklaven, der etwas andere Blick auf Homo Sapiens Energiehunger. Im Fokus des Vortrages unsere Spezies Homo Sapiens. Guckt mal ins Lexikon, was ist Homo Sapiens? Das für Homo Sapiens steht für Verstehender, Verständiger, beziehungsweise weiser, gescheiter, kluger, vernünftiger Mensch. Ja, wir gehören zur Ordnung der Primaten und dort zur Unterordnung der Trockennasenprimaten. Wenn sie also jemand mal eine Pappnase geheißen hat, dann hat er nicht recht gehabt. Ja, im Titel auch haben Sie etwas von Energiehunger gehört. Und hier sehen wir auch, industrielle Revolution, Entschuldigung, Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Anstieg des Energiebedarfs auf dieser Welt steigt asymptotisch an. Und wenn wir dann hier oben diese Einheit hier sehen, das heißt Megatonnen Ölequivalente. Man kann sich da nichts darunter vorstellen und auch schon gar nichts unter der Größenordnung. Aber wir alle wissen, wenn es um den Stromzähler geht oder so, es sind Kilowattstunden. Und also diese 12.000 Megatonnen Ölequivalente, das ist also der Inhalt einer entsprechenden Menge von Erdöl, der entspricht eben 140 mal 10 hoch 12 Kilowattstunden. Also wir können da im Moment nicht viel mit anfangen, aber ich komme auf diese Folie am Ende meines Vortrages nochmal zurück und hoffe, dass es Ihnen dann klarer ist. Ja, und dann haben wir noch im Titel den Begriff des Energiesklaven und Hans-Peter Dürr, ein von mir sehr geschätzter Physiker, leider 2014 verstorben. Der nutzte eben, um den Energiehunger von Homo sapiens plakativ zu machen, die Einheit des Energiesklaven. So, und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich also einen Assistenten brauche. Wer würde mir denn für ein physikalisches Experiment zur Seite stehen? Das wäre sehr nett. Es gibt leider kein Bier dafür. Vielleicht mal einen Hausarzt? Herr Dr. Helmus, herzlichen Dank. Es geht also darum, es geht gleich um Kräfte, Arbeit und Leistung. Und also Sie stellen jetzt sozusagen ein arbeitendes System her und Sie brauchen nichts anderes machen, als sozusagen Arm auszustrecken und dieses Kilo Zucker zu halten. So, und... Nur den Rechten oder? Ja, nur den Rechten. Und wechseln darf man auch nicht. Und Sie passen bitte auf, wann dieses System instabil wird. Okay? Ja, also... Titel ist all... Es handelt sich um Energiesklaven, das ist eigentlich nichts Neues. Was Sie hier sehen, das ist eine sogenannte Tretmühle. Und hier, es gab im 19. Jahrhundert, hier in Westeuropa gab es Arbeitshäuser. Und hier sehen Sie also Zwangsarbeiter, die hier sozusagen in Treträdern sind und die den Antrieb für eine Großgerberei darstellen. Die wurden übrigens von Wächtern der Staatsinquisition überwacht. Ja, was ist meine Mission heute Abend in den 10 Minuten? Sozusagen die Plattnasen-Primaten, die hier sind, also Verstehen dazu machen, dabei zwangsläufig ihre Physikkenntnisse aufzufrischen und insbesondere die Wertschätzung für Energie zu stärken. Sieht noch gut aus. Ja, der Vortrag gliedert sich, Physik lang ist her, der Mensch als animalischer Motor, du und ich, sportliche Spitzenleistung, immer die anderen, Nimmersatte und Verschwender. Beginnen wir kurz mit der Physik. Und dabei geht es also um die Dynamik. Die Dynamik ist ein Teilgebiet der Mechanik und behandelt also die Kräfte als Ursache von Bewegungsabläufen. Sie sehen hier einen Hammer und eine Schraube. Und Sie können sich ausrechnen, wer da den Kürzeren zieht. Ja, bei der Dynamik geht es um Kraft, F, Arbeit W und Leistung P. Und ja, immer wenn sozusagen ein Gegenstand nicht im Kräftegleichgewicht ist, dann erlebt er eine Beschleunigung. Das ist zum Beispiel, wenn der Wagen am Hang steht und die Hangabtriebskraft wird größer als die Rollreibungskraft, dann fängt er sich an zu bewegen und dann beschleunigt er. So, die Arbeit ist Kraft mal Weg, können sich sicher noch alle erinnern. Und wenn es dann noch um die Zeit geht, dann ist sozusagen die Leistung Arbeit pro Zeit. So, jetzt kommen wir zum Mensch als animalischen Motor. Diesen Begriff gibt es heutzutage eigentlich nicht mehr, aber wenn man hier in ein Fachbuch, hatte ich da nochmal geguckt, von 1950, dann kann man da finden, es ist ein gängiger Begriff für Menschen und Tiere, die mechanische Arbeit verrichten. Also zum Beispiel Pferde, Hunde vor Hundeschlitten, der Mensch sozusagen, der selber trägt und so weiter. Und die Leistungsfähigkeit eines solchen animalischen Motors, die hängt einmal vom Individuum ab, also welche Rasse ist es, wie ist er geübt, welchen Willen hat er und den Randbedingungen, also wie wird er ernährt, wie ist das Klima und wie ist er motiviert. Natürlich auch von der Art der zu verrichtenden Arbeit und der täglichen Arbeitsdauer. Geht's noch? Strongman. Ja, und Herr Helm ist für Sie sicher nichts Neues, also beim menschlichen Energieumsatz, da muss man zwei Komponenten berücksichtigen, einmal den Grundumsatz, da geht es darum, dass der Körper des Menschen überhaupt am Leben gehalten wird, dafür sind etwa 2300 Kilokalorien am Tag notwendig, und wenn sich der Mensch dann vom Kanapé erhebt und tätig wird, dann ist es eben so, dass er eben für den Arbeitsumsatz noch zusätzliche Kalorien zu sich nehmen muss. Und die Empfehlung ist aber, dass er nicht mehr als 2500 Kilokalorien sozusagen in diesen Arbeitseinsatz steckt und das entspricht etwa 2,9 Kilowattstunden. So, das heißt also, wenn wir einen Arbeiter am Tag einsetzen, acht Stunden lang, dann können wir 2,9 Kilowattstunden durch acht Stunden kommen wir auf 0,36 kW, das ist die mittlere Leistung. Und wenn Sie jetzt mal denken, ein Auto, da wird man schon dumm angeguckt, wenn das nur 40 kW hat, also 0,36 kW darf der... Aber, was haben Sie jetzt gesehen? Also, beim letzten Mal habe ich einen Kollegen dazu eingesetzt, und der kam am nächsten Tag freudestrahlend in die Besprechung und sagte, hier kommt der Energiesklave. Also ganz herzlichen Dank, Sie haben das lange durchgehalten, und man hat jetzt gesehen, wie aus einem statischen System ein dynamisches System geworden ist. Ganz herzlichen Dank. Ich schätze mal, das nächste Mal, wenn ich in Ihre Praxis komme, dann kriege ich eine Spritze und die lassen Sie stecken. So, also, wenn der Mensch also an einem Arbeitstag, der kann also über acht Stunden im Mittel nur 0,36 kW sozusagen an Leistung aufbringen. Das ist aber die interne Leistung, das ist die Leistung, die der Körper aufbringen muss. Die kommt aber am Ort des Geschehens, dort wo der Nutzen stattfindet, kommt die gar nicht an, denn dazwischen liegen Wirkungsgrade. Und wenn man hier mal, das ist so eine Bibel des Maschinenbauers, die Hütte, Ausgabe 1955 reinguckt, dann sieht man eben hier Wirkungsgrad beim Schaufeln, 5%. Also von diesen 0,36 kW kommen sozusagen nur 5% bei der Schaufel an. Die anderen 95%, die werden sozusagen im Körper in Wärme umgesetzt. Dann hier unten, wenn wir jetzt Radfahren haben, das ist schon besser, 25%. Das heißt, 75% der Energie von diesen 0,36 kW, die gehen auch in Wärme auf, sie fangen an zu schwitzen, wenn es ein bisschen schneller geht. Und so, das heißt, nur eine Folie weitergehen. Wir haben gelernt, mittlere Leistungsbereitstellung bei acht Stunden Tag, unberücksichtigt Wirkungsgrad, das nennen wir mal interne Leistung, 0,36 kW. Dann kommt der physikalische Wirkungsgrad von 5% bis 30% dazu, 5% beim Schaufeln, 30% sozusagen bei einem Wagen schieben. Dann müssen wir also das, was am Wirkort ankommt, müssen wir diesen 0,36 kW mit diesem Wirkungsgrad multiplizieren und dann kommen tatsächlich an 0,02 bis 0,11 kW. Das ist wirklich nicht viel. Und wenn Sie dann sagen, okay, 0,1 kW, der Einfachheit halber merken wir uns das mal, das entspricht einer 100-Watt-Lampe. Das bedeutet also, wenn Sie zu Hause eine 100-Watt-Lampe anlassen, dann sitzt im Nebenraum einer und strampelt. Wenn Sie 200-Watt-Lampen haben, strampeln zwei. So, dennoch, dieser Wert 0,36, der gilt ja für einen 8-Stunden-Tag. Wenn Sie kurzzeitig sozusagen belastet werden, dann können Sie Spitzenleistungen bis etwa 0,5 kW realisieren. Und das weiß zum Beispiel jeder. Ihre Freundin hat sich im Graben festgefahren und Sie müssen hinten schieben. Dann können Sie alle Kräfte aufbringen und Sie kriegen sie vielleicht raus. Aber Sie könnten das nicht 10 Minuten machen. Ja, das heißt, Spitzenleistungen ist 5-mal so viel etwa wie der Durchschnitt. So, und jetzt kommen wir, jetzt will ich Ihnen das mal ein bisschen, das war ja Theorie, jetzt will ich Ihnen ein paar Höchstleistungen sozusagen klar machen. Und da ist zum Beispiel der Weltrekord im Stoßen. Das ist 2004, in Athen hat den der Hussein Reza Sadeh aufgestellt. Und zwar hat der unglaubliche 263,5 Kilogramm 1,8 Meter hoch gelupft. Und da, ich habe das mal im Video abgemessen, das waren 12 Sekunden. Also, selber ausgerechnet, Leistung ist gleich Arbeit pro Zeit. Der hat 0,4 kW geleistet. 0,4 kW. So, das ist also, hier sehen wir wieder unsere Glühlampen. Nicht 4-mal so viel, wie ein durchschnittlicher Arbeiter eben leisten kann. So, dann gibt es hier den Todd Reichert. Der hat also in Nevada 2015 einen Weltrekord aufgestellt mit dem schnellsten muskelbetriebenen Fahrzeug. Das ist also hier ein Fahrrad. Und der ist unglaubliche 140 Stundenkilometer gekommen. Das kommt eben dadurch, durch diese stromlinienförmige Form. Und der Fahrwiderstand, der nimmt mit dem Quadrat die Geschwindigkeit zu. Und die Leistung nimmt sogar hoch 3 zu. So, und der hat 0,7 kW. 0,7 kW, um 140 Stundenkilometer zu fahren. Stellen Sie sich vor, wenn man jetzt ein Polo hat oder so und die Geschwindigkeit hat, da fährt man mit 60 kW durch die Gegend. Ja, und dann haben wir schließlich hier noch einen, der tritt auch ein Fahrrad, so ein sogenannter Ergometer. Und der Mann, der ist also hier Bahnrad-Weltmeister, Robert Förstermann. Und dem wurde die Aufgabe gestellt, einen Toast zu toasten. Der hat sich also da drauf gesetzt und ist nachher fast vom Rad gefallen, als dann schließlich die Tuschscheibe rauskam. Und der hat also hier sage und schreibe 700 Watt erzeugt. Also um eine Scheibe toast, braucht man eine Leistung von 700 Watt. So, das heißt hier, ja, vorhin haben wir gesehen, bei dem Gewichtheber, der hatte nur 4, so Lämpchen. Das lag natürlich an seinem schlechten Wirkungsgrad. Wir hatten ja gehört, beim Heben hat man nur einen Wirkungsgrad irgendwie von 6%. Und beim Radfahren hat man eben einen von 25%. So, immer die anderen, Nimmersatte und Verschwender. Da gucken wir uns jetzt einfach nochmal diese Grafik an, die wir anfangs hatten, mit dem Homo sapiens Energiehunger. Und ich habe jetzt nochmal hier in 2016 mal ausgewertet, ein paar Zahlen. Da lebten auf der Erde 7,429 Milliarden Menschen. Und die haben insgesamt 13.761 Megatonnen Energie verbraucht. Wenn wir jetzt die Megatonnen Energie durch die Anzahl Menschen teilen, dann kommen wir schließlich darauf, dass wir 7,38 Kilowattstunden pro Stunde und Mensch aufwenden. Also jeder Mensch auf dieser Erde im Mittel, 7,38 Kilowattstunden pro Stunde und Mensch an Energie wird er verbraucht. So, und wenn wir uns jetzt ja daran erinnern, dass im Grunde ein Mensch im Mittel 0,1 kW erzeugen kann, dann sind also für jeden Menschen auf dieser Welt 74 Menschen am Strampeln. Also, so und jetzt kommen wir zu den Guten und den Bösen. Und da kann man also im Internet so eine Tabelle finden, was ist da aufgezeichnet? Das ist sozusagen nach Ländern spezifisch aufgelistet, wie viel Energieverbrauch pro Kopf diese Länder haben. Und dann sehen wir eben hier, die Welt, haben wir eben gesehen, die hat, hier hinten ist das Ganze in Energiesklaven. Also Energiesklaven bei einem 8-Stunden-Tag sind beim Durchschnitt der Welt die 75. Also 2014 war es 75, heute ist einer weniger. Also wir sind effizienter geworden. So, und dann sehen wir eben hier im Niger, die verbrauchen bloß 4,8 Kilowattstunden pro Tag und Mensch. Das entspricht also sechs Energiesklaven. Deutschland liegt hier über dem Weltdurchschnitt, also doppelt so viel etwa. Das sind 151, also für jeden von Ihnen und für mich sind sozusagen im Nachbarzimmer 150 Mann am Strampeln. Und das betrifft natürlich den Energieverbrauch der gesamten Volkswirtschaft, aber geteilt durch die Bevölkerung. Und dann sehen wir hier oben Katar, die haben 740, das ist also zehnmal so viel wie der Weltdurchschnitt, kommt aber nicht zuletzt daher, weil die eben erdölfördernd sind und die Erdölförderung ist eben auch sehr energieintensiv. Ja, und USA liegen hier etwa doppelt so hoch wie Deutschland. Ich hoffe, Sie haben das gut verstanden und dass es Ihnen eingänglich bleibt, dass auf der Welt im Durchschnitt für jeden Bewohner sozusagen 75 fiktive Energiesklaven am Arbeiten sind. So, ich hoffe also, dass ich meine Mission erfüllt habe, Sie als Vertreter der Plattnasen und Sie Verstehender gemacht habe, Ihre Physikkenntnisse ein bisschen aufgerüttelt habe und dass ich vor allem Ihre Wertschätzung für Energie gestärkt habe. Und verneige mich mit einem Bückling. Danke schön, Klaus-Peter Franke.